Liebe Step-Kicked Mannschaft, ich bin Timo Pertl vom FC Magdeburg, die Nummer 29. Willkommen zu unserem neuen Abenteuer Step-Kicked. Ich freue mich sehr, euch dabei zu unterstützen, mit den Armbändern so viele Schritte wie möglich zu sammeln und einfach für euch da zu sein, falls ihr was braucht. Jeder einzelne von euch ist wichtig und ihr könnt mit eurer gesamten Klasse das Ziel erreichen und so viele Schritte wie möglich sammeln. Die Armbänder messen eure zurückgelegten Schritte und zeigen euch an, wie viel ihr schon als Klasse erreicht habt. Und je mehr jeder einzelne von euch läuft, desto höher ist euer Klassenlevel. Die Klasse mit dem besten Ergebnis wird bei einer Siegerhörung in eurer Schule natürlich dafür mit einem Pokal ausgezeichnet. Und übrigens, eine tolle Geschichte ist, ihr könnt die Armbänder natürlich nach der Challenge behalten und könnt weiterhin schön sammeln für euch. Also strengt euch an und bleibt immer in Bewegung. Viel Spaß dabei! Tschüss! 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 Vielen Dank.